Die Automobilindustrie befindet sich in einem großen Umbruch. Um ihn zu gestalten, braucht es mehr denn je visionäre Ansätze und Neuausrichtung. Megatrends wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und höhere Umweltstandards fordern von uns allen ein weitreichendes Umdenken. C-Teile bleiben eine unverzichtbare, verbindende Komponente zukunftsweisender Technologien. Wir brauchen jetzt Partner auf Augenhöhe, die diesen Umbruch mitgestalten, die als Sparringspartner gemeinsam mit uns die Herausforderungen angehen. Bei aller Digitalisierung bleibt in Zukunft ein Erfolgsfaktor. Die Menschen, die genau dort sind, wo unsere Kunden sie brauchen. Dafür sind wir global vernetzt und in mehr als 40 Ländern und über 60 Industriegesellschaften zu Hause. Als internationales Unternehmen schätzen wir WIRT als global aufgestelltes Partnerunternehmen. Artikelvielfalt aus einer Hand, lokal präsent und schnell in der Reaktion. Das deckt sich mit unseren Anforderungen. Gemeinsam mit unseren weltweiten Partnern bündeln wir eine breit gefächerte Fertigungskompetenz. Über eine Million Artikel. Von Normteilen bis zu individuellen Lösungen. Von Prototypen bis zur Massenproduktion. Zugegeben, wir sind Qualitätsfanatiker. Und das in allen Bereichen. Unsere Planung beginnt so früh wie möglich. Wir bringen innovative Ansätze und Beratungen in die Produktentwicklung ein und begleiten Projekte vom ersten Konzept bis hin zur Marktreife. Wir leben das Qualitätsmanagement akribisch und mit Begeisterung. Denn selbst das noch so kleinste Bauteil ist von höchster Relevanz, wenn es um das große Ganze geht. Bei Neuentwicklungen zeigt sich die eigentliche Kompetenz des Partners. Wir brauchen Experten, die von Anfang an mit am Boot sind und uns hinsichtlich optimaler Fertigungsverfahren und Kosteneinsparung beraten. Nahtlose Versorgung im Sekundentakt, kosteneffizient und verlässlich, direkt an die Fertigungslinien. Das erfordert eine logistische Meisterleistung, absolute Prozesssicherheit und maximale Flexibilität bei komplexer Vernetzung und steigenden Volatilitäten. In einem der modernsten Logistikzentren pulsieren tausende von Lieferströmen. Intelligent gesteuert, damit die Ware via EDI Lieferplanabwicklung genau zum richtigen Zeitpunkt ankommt. Die richtigen Artikel in time und in geforderte Qualität. Hier stehen Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Lieferanten auf dem entscheidenden Prüfstein. Wir sind ein Familienunternehmen. Gestalter, Problemlöser, Umsetzer. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir nachhaltige Lösungen für die Automobilindustrie von morgen. Denn genau das macht uns aus. Mehr denn je. Einwirkungsführung für die Dieu Sprecher, Nh CEG- utility ZWECH- 100. die Gemeinsam mit Ihnen jedeASS Schinformation. Vielen Dank.